Herzlich willkommen zu dieser Präsentation über die Wirtschaftsmittelschule WMS an der Alten Kantonsschule Aarau. Wir präsentieren hier online, weil wir unsere Infoveranstaltungen in Aarau und Frick leider absagen mussten. Mein Name ist Cyril Engeli, ich bin Prorektor an der Alten Kanti und ich leite die Wirtschaftsmittelschule. Der Überblick zu dem, was ich Ihnen näher bringen möchte. Zu Beginn einige Dinge, die sowohl für die Wirtschaftsmittelschule als auch für die Informatikmittelschule gleichermaßen gelten. Beide Lehrgänge schließen ab mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ und mit der Berufsmaturität Typ Wirtschaft. Es handelt sich bei beiden Lehrgängen um eine Vollzeitschule, die drei Jahre dauert und dann mit einem Praxisjahr, also weiteren zwölf Monaten, in einem Betrieb weitergeht. Nach vier Jahren ist der Lehrgang abgeschlossen. Die Aufnahmebedingungen sind für beide Schulen die gleichen. Benötigt wird ein Notendurchschnitt von 4,4 an der Bezirksschule oder 5,3 an der Sekundarschule. Wer nicht von einer Sekt oder Betz kommt, hat die Möglichkeit, eine Aufnahmeprüfung zu absolvieren. Unsere Absolventinnen und Absolventen gehen häufig nach den vier Jahren Schule und Praxisjahr an eine Fachhochschule und studieren dort im Bereich Betriebswirtschaft. Möglich ist außerdem auch der spätere Einstieg an eine Universität. Ich möchte das hier noch etwas verdeutlichen. Der Einstieg nach vier Jahren Lehrgang ist prüfungsfrei möglich an eine Fachhochschule im Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Und dann nach dem Bachelor-Diplom ist es möglich, ein Master-Diplom zu erreichen, das dann auch wieder an der Fachhochschule oder an einer Universität. Eine andere Möglichkeit ist es, nach der WMS oder IMS die sogenannte Passerelle zu besuchen. Das ist ein einjähriger Lehrgang an der AME, an der Agauischen Maturitätsschule für Erwachsene. Dort schließt man dann mit der gymnasialen Maturität ab und kann dann direkt an eine Universität studieren gehen. Am Beispiel der Fachhochschule Nord-West-Schweiz zeige ich hier typische Lehrgänge, die unsere Absolventinnen und Absolventen studieren. Und ich zeige das Gleiche auch für die Absolventinnen und Absolventen der Informatikmittelschule, auch wieder am Beispiel der FHMW. Unsere Schule möchte ich auch ganz kurz vorstellen, gegründet 1802. Zurzeit arbeiten rund 175 Lehrpersonen bei uns, natürlich nicht alle mit einem vollen Pensum. Etwas über 1200 Schülerinnen und Schüler besuchen bei uns den Unterricht in 57 Klassen oder Abteilungen, wie wir sie nennen. Außerdem arbeiten weitere 29 Personen bei uns im Sekretariat, Hausdienst, IT. Drei Schulen werden bei uns an der alten Kante angeboten. Das Gymnasium, die Wirtschaftsmittelschule und die Informatikmittelschule. Gerne zeige ich Ihnen hier die Gebäude, in denen der Unterricht stattfindet. Wir haben das Hauptgebäude, das Sie schon auf der ersten Folie gesehen haben, das sogenannte Einsteinhaus. Dann rechts davon das Karrohaus und dann sehen Sie weitere Gebäude inklusive unserer Sportanlagen, die sich dann im Telly-Quartier befinden, weil es bei uns auf dem Campus dafür keinen Platz hat. Neben dem Unterricht gibt es vielfältige Möglichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler, sich zu engagieren, musikalisch, Theater, aber auch mit politischen Anliegen und natürlich im Bereich des Sports. Unsere Schule liegt eine Gehminute vom Bahnhof und vom Busbahnhof in Aarau entfernt und wenige Gehminuten von der Altstadt Aarau entfernt. Es ist schön, auf einem Campus zu arbeiten, zu unterrichten oder eben zur Schule zu gehen, einem schönen Park. Eine Mensa haben wir auch, die für Verpflegung sorgt und unser Medienzentrum, das vielfältige Medien zur Ausleihe, bereithält. Welches ist nun der richtige Weg nach der obligatorischen Schule? Das kann nur jede und jeder für sich selbst beantworten. Möchte ich unbedingt möglichst schnell weg von der Schule? Möchte ich unbedingt rasch arbeiten gehen? Genieße ich es, mit meinen Schulfreunden zusammen zu lernen? Gehe ich gerne in die Schule? Das sind sicher Fragen, die man sich stellen muss, wenn es um den Entscheid geht, wie es weitergehen soll nach der obligatorischen Schulzeit. Wir sind eine Vollzeitschule. Ich habe hier ein Beispiel eines Stundenplans abgebildet. Hier sieht man natürlich, dass man während fünf Tagen pro Woche viel im Unterricht ist. Wenn man das kurz vergleicht, was für Wege möglich sind, wenn ich links beginne, dann sehe ich bei der kaufmännischen Berufslehre die Möglichkeit, diese auch mit Berufsmaturität abzuschließen in drei Jahren. Dann geht man zwei Tage pro Woche in den Unterricht und drei Tage pro Woche arbeitet man in einem Betrieb. Dann eben die WMS, auch wieder Abschluss mit Berufsmaturität, drei Jahre Schule und dann ein Jahr Arbeit im Betrieb. Beide Wege führen zum gleichen Abschluss, nämlich zum Fähigkeitszeugnis mit Berufsmaturität. Am Gymnasium wiederum, dort dauert die Schulzeit dann vier Jahre bis zur gymnasialen Maturität. Im Unterschied zur Berufslehre oder zur WMS handelt es sich bei der gymnasialen Maturität nicht um einen Berufsabschluss. Dort ist eigentlich dann erforderlich, weiterzugehen und zu studieren. Mit der gymnasialen Maturität kann man an eine Universität eintreten, aber nicht direkt an eine Fachhochschule. Nach der gymnasialen Maturität muss man dann auch noch ein Jahr arbeiten gehen, um das geforderte Praxisjahr ebenfalls nachzuweisen. Dann kann man von der gymnasialen Maturität ebenfalls an die Fachhochschule wechseln. Nach dem Abschluss der Berufslehre oder der WMS ist es dann möglich, eben direkt an eine Fachhochschule zu gehen oder natürlich auch in der Praxis weiterzuarbeiten nach dem Praxisjahr. Das Ziel zeige ich gleich zu Beginn. Das sind diese beiden Ausweise, das Fähigkeitszeugnis und die Berufsmaturität. Der Weg zum Ziel führt über unseren Unterricht, hier an der alten Kanti. Sie sehen links die sogenannte Stundentafel, die aufzeigt, welche Fächer besucht werden und wie viele Lektionen pro Woche dieses Fach besucht wird. Typische Fächer, die man schon kennt aus der Bezirksschule Deutsch, Französisch, Englisch, Mathematik. Weiter unten auch Geschichte und Politik. Dann aber auch neue Fächer wie Wirtschaft und Recht oder Information, Kommunikation, Administration. Auch Sport steht bei uns auf der Stundentafel und ist auch promotionswirksam. Die Aufnahme erfolgt mit dem erforderlichen Notenschnitt je nach Schultyp, Bezirksschule oder Sekundarschule 4,4 oder 5,3. Definitiv bei uns aufgenommen sind jene Schülerinnen und Schüler, die diesen Notenschnitt im Jahreszeugnis der Bezirksschule oder der Sekundarschule erreichen. Wer den Notenschnitt im Jahreszeugnis nicht erreicht, aber im ersten Zeugnis nach dem ersten Semester diesen Schnitt erreicht hatte, diese Schülerinnen und Schüler werden bei uns provisorisch aufgenommen. Das bedeutet, sie haben ein Probesemester. Für die WMS gilt die Semesterpromotion, also jedes Semesterzeugnis entscheidet über die Beförderung. Hoffentlich ist man definitiv befördert und falls nicht, wird man provisorisch befördert ins nächste Semester. Wenn man zweimal nacheinander die Bedingungen nicht erfüllt, dann kann man das Schuljahr repetieren. Hat man bereits einmal ein Schuljahr repetiert und ist dann nochmals ungenügend in einem späteren Semester, so muss man die Schule verlassen. Die Bestehensnormen sind etwas kompliziert. Es gelten insgesamt sechs verschiedene Bestehensnormen. Ich habe die unten auf der Folie aufgeführt. Es wird unterschieden zwischen den Fächern der Berufsmaturität und allen Fächern. Dort werden auch die Fächer zum Beispiel IKA, Sport und weitere dazu gezählt. Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, externe Zertifikate zu erreichen. Im Französisch und im Englisch Abschlüsse, DELF und FIRST am Ende der dreijährigen Schulzeit. Ebenso das ECDL-Zertifikat für Anwendungen der Informatik. Schließlich, auch noch im Fach Rechnungswesen, die Software Abacus, die man bei uns lernt. Tritt man bei uns ein, so hat man die Möglichkeit, auch Freifächer zu wählen. Es gibt sehr viele Freifächer im Bereich der Instrumentalmusik, aber auch bildnerisches Gestalten und diverse Sprachen können bei uns gelernt werden. Wer in der zweiten Klasse das Wahlpflichtfach Spanisch oder Italienisch wählen möchte, sollte unbedingt in der ersten Klasse bereits das Freifach Spanisch oder Italienisch besuchen. Sonst ist die Wahl des Wahlpflichtfachs Spanisch oder Italienisch nicht mehr möglich. Wir haben insgesamt 39 Schulwochen. Davon sind zwei Wochen spezielle Schulwochen. In der ersten Klasse gibt es im Herbst eine Abteilungswoche. Dort ist die Schulklasse zusammen mit ihrem Abteilungslehrer oder mit ihrer Abteilungslehrerin. Außerdem gibt es eine zweite Woche. Dort gibt es verschiedene Angebote nach verschiedenen Themen. Wir nennen das Projektwoche. Hier können die Schülerinnen und Schüler dann eine solche Woche wählen. Die findet dann entweder auch im Herbst oder zu einer anderen Zeit im Winter oder im Frühling statt. In der zweiten Klasse das gleiche wie in der ersten Klasse. Nochmals wieder die Abteilungswoche zusammen mit der gleichen Klasse und dann wieder eine Projektwoche nach Thema. Dort sind dann die Schülerinnen und Schüler gemischt aus verschiedenen Klassen. In der dritten Klasse im Herbst findet der obligatorische Sprachaufenthalt statt. Zu den berufsspezifischen Fächern, vorhin schon kurz erwähnt, bei der Stundentafel möchte ich hier noch etwas sagen. Das Fach IKA, Information, Kommunikation, Administration, lehrt hauptsächlich die Anwendung von Office-Software. Also Word, PowerPoint, Excel und so weiter. Hier wird dann auch das ECDL-Diplom erreicht. Im Fach Wirtschaft und Recht, da haben wir die Teile Betriebswirtschaft, Recht und auch Volkswirtschaftslehre. Hier geht es also vor allem darum zu verstehen, wie eben unsere Wirtschaft funktioniert. Einmal aus Sicht des Unternehmens, dann die Betriebswirtschaftslehre mit Themen wie Marketing, Organisation, Verkauf. Dann die Rechtskunde, wo wir uns vor allem mit dem Zivilgesetzbuch und mit dem Obligationenrecht beschäftigen. Da geht es beispielsweise um das Erbrecht oder um Verträge, ein Arbeitsvertrag, ein Mietvertrag, ein Kaufvertrag. Die Volkswirtschaftslehre, die betrachtet unsere Wirtschaft des Landes. Da geht es um Themen wie Arbeitslosigkeit, Konjunktur, Finanzen des Staates und ähnlichen Themen. Im Fach Rechnungswesen wird dann gelehrt, wie eine Buchhaltung eines Unternehmens funktioniert, wie man eine Erfolgsrechnung, eine Bilanz aufstellt und Buchungssätze bildet. In der zweiten Klasse absolvieren unsere Schülerinnen und Schüler ein Praktikum. Sie versuchen, das, was Sie bis dahin in der Schule gelernt haben, in der Praxis umzusetzen. Während fünf Wochen sind Sie in einem Betrieb und lernen dort den Umgang mit Erwachsenen, mit der Berufswelt und setzen sich eben mit typischen Aufgaben eines Kaufmanns oder einer Kauffrau auseinander. Die Stellensuche ist primär die Initiative des Schülers oder der Schülerin. Die Schule hilft natürlich mit Kontakten und bei der Zusammenstellung eines Bewerbungsdossiers. Ebenfalls in der zweiten Klasse gründen unsere Schülerinnen und Schüler ein echtes Unternehmen. Zu sechst, zu siebt arbeiten die Schülerinnen und Schüler während drei Stunden, während drei Lektionen pro Woche und dann noch zusätzlich in der Freizeit an einem eigenen Projekt. Sie sammeln zuerst Geld ein, um ihr Projekt zu finanzieren, versuchen dann ein Produkt selbst herzustellen oder einzukaufen und dann auch dieses Produkt wieder zu verkaufen. Wir machen das in Zusammenarbeit mit Young Enterprise Switzerland. Der Sprachaufenthalt im Herbst dient natürlich dazu, sich auch auf die Abschlussprüfung vorzubereiten, die eben häufig in Form eines externen Diploms, First Certificate im Englisch oder DELF in Französisch gemacht wird. Drei bis vier Wochen dauert dieser Sprachaufenthalt in den Gebieten Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch und es gibt verschiedene Varianten, die hier möglich sind. Die Kosten sind dann auch sehr unterschiedlich, je nach gewählter Variante. Es kann auch im Ausland gearbeitet werden, dann sind die Kosten natürlich tiefer. Wegen der Pandemie Covid-19 ist im Moment noch nicht ganz klar, wie der Sprachaufenthalt im Jahr 2021 stattfinden kann. Austauschjahre oder Austauschsemester sind ebenfalls möglich in der zweiten Klasse. Wichtig ist, beim Austausch muss im Ausland eine Vollzeitschule auf der Sekundarstufe 2 besucht werden. Das vierte Jahr dann findet in einem Betrieb statt. Auch hier die Stellensuche ist die auf eigene Initiative des Schülers oder der Schülerin. Die Schule unterstützt auch hier wieder mit Kontakten und mit Hilfe bei den Bewerbungsunterlagen. Die bezahlten Löhne bewegen sich etwa zwischen 1.200 und 3.000 Franken. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Branche und je nach Betrieb. Im Moment ist es so, dass wir sehr viele offene Stellen haben und dass die Schülerinnen und Schüler häufig auswählen können zwischen mehreren Stellen. Die Branchenverbände sind dann zuständig für die verschiedenen Qualifikationsverfahren während des Praxisjahres und am Ende. Wir bieten die Branchenöffentliche Verwaltung, abgekürzt OVAP, die Branche Bank und die Branche D&A, Dienstleistung und Administration an. Während des Praxisjahres arbeiten die Schülerinnen und Schüler Vollzeit in ihrem Betrieb. Sie sind dann in wenigen Tagen abwesend. Dort sind sie im überbetrieblichen Kurs und das sind dann je nach Branche 6 bis 16 Tage. Außerdem verfassen die Schülerinnen und Schüler hier noch ihre interdisziplinäre Projektarbeit, IDPA. In der dritten Klasse beginnen wir damit, in der Schule und in der vierten Klasse im Betrieb wird dann die Arbeit abgeschlossen. Ein Wort zu den Kosten. Der Unterricht ist unentgeltlich. Was bezahlt werden muss, sind die Lehrmittel und Exkursionen und ähnliches. Hier haben wir über drei Jahre Kosten von rund 2.500 Franken, die hier anfallen. Die bereits erwähnten Wochen, speziellen Wochen, Abteilungswochen, Projektwochen, die kosten auch etwas. Hier gibt es aber auch bei der Projektwoche Angebote, die gratis sind. Zusätzlich fallen auch an Kosten für Sprachzertifikate. Die sind aber nicht obligatorisch. Man kann auch eine interne Abschlussprüfung machen. Den Sprachaufenthalt hatte ich bereits erwähnt. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Kosten, die hier anfallen. Davon muss man natürlich dann auch berücksichtigen, dass dann im vierten Jahr ja dann zwölfmal rund 1.500 Franken pro Monat auch noch verdient wird. Die Anmeldung an unsere Schule erfolgt an der Bezirksschule über die Klassenlehrperson. Und wer sich für die Aufnahmeprüfung anmelden möchte, sollte das bis Ende Februar 2021 tun. Die Prüfungen sind dann Ende März 2021. Die ganze Anmeldung läuft nicht etwa über unsere Schule, sondern über das Departement BKS. Ich habe hier den Link angegeben, ag.ch backslash Mittelschulen. Dort kommen Sie direkt auf die verschiedenen Schultypen, Gymnasium, WMS, IMS, FMS. Dort können Sie dann bitte den Link anklicken. Sie finden alle Angaben über die Aufnahme oder über die Aufnahmeprüfung. Wir veranstalten jeweils Anfang Dezember eine Besuchswoche, damit die Schülerinnen und Schüler aus der Bezirksschule zu uns kommen können und einmal einen halben Tag bei uns den Unterricht besuchen können. Auch kann man normalerweise jederzeit bei uns einen Halbtag schnuppern kommen. Leider können wir im Moment beide Angebote nicht machen. Wegen der Pandemie mussten diese abgesagt werden. Wir werden aber jene Schülerinnen und Schüler, die sich angemeldet hatten für unsere Besuchswoche, diese werden wir auf elektronischem Weg mit Informationen versorgen. Es wird einige Videos geben und verschiedene Präsentationen. Weitere Informationen auch auf unserer Webseite altecanti.ch Ja, und Ihre Fragen eigentlich im Plenum, das ist jetzt eben dieses Jahr nicht möglich. Sie können mir gerne schreiben auf die unten eingeblendete E-Mail-Adresse und sehr gerne werde ich versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.